Hi, heute gehen wir mal das Programm Discord durch. Da stelle ich euch vor, wie das Programm funktioniert, wie man sich anmeldet, wie man auf einen Server beitritt, wie man mit Leuten interagiert, wie man seine Einstellungen einstellt bezüglich Mikrofon, Ausgabegeräte, Video, wie man seinen Bildschirminhalt teilt und und und. Das ist in der Videobeschreibung dann verlinkt mit Timestamps, also da unten ist dann einfach angegeben, keine Ahnung, man registriert sich und dann steht da noch eine Zeit dabei und einfach draufklicken, dann springt man da automatisch hin, also kann man dann selektiv die Informationen raussuchen, die man gerade braucht. Jetzt kommen wir mal zu der groben Funktion von Discord, also man hat hier sozusagen wie in Skype Gruppenchats, die etwas strukturierter sind, also man kann auf einen Server, kann man mit einer Gruppe parallel nehmen, beitreten und dann kann man die Inhalte in Channels strukturiert abgeben, also dann hat man nicht wie in Skype einen linearen Chatverlauf, der von oben nach unten geht, sondern man kann das sozusagen in diese Channels auslagern und hat dann themenbezogene Channels und kommt dann nicht durcheinander in der Konversation, man kann halt auch einfach wie in Skype miteinander telefonieren, seinen Bildschirm teilen, man kann dann auch noch miteinander per Videocall miteinander telefonieren und das ist ziemlich einfach gemacht und das funktioniert tatsächlich auch im Browser, da muss man sich dann auch kein extra Programm runterladen, aber dazu später mehr und man hat auch eine Möglichkeit, die Leute ein bisschen mehr zu administrieren, da die Server ja öffentlich sind und jeder beitreten kann, kann man dann Leuten bestimmte Rollen geben, manche Rollen besitzen dann die Eigenschaft, dass man in bestimmten Channels schreiben darf oder man kann auch bestimmte andere Tätigkeiten machen und das Tolle ist, die Plattform funktioniert auf dem normalen personalen Computer oder auch auf einem Smartphone oder Tablet und ja, das war es so grob zu Discord. Kommen wir nun zum zweiten Teil, wie installiere ich Discord auf meinem Endgerät? In der Regel geht man einfach auf discord.com und geht dann hier auf herunterladen, dann ist man hier eigentlich schon in der Download-Sektion oder Herunterlad-Sektion und ganz oben wird sozusagen für einen das passende Programm angeboten, wenn man jetzt ein Windows hat, steht da Download für Windows, wenn man ein Mac hat, steht hier Download für Mac. Ich benutze ein Linux, dann klicken wir hier einfach auf Download für Linux, jetzt kann ich noch zwischen zwei Dateien wählen, unter Windows und Mac ist das nicht der Fall, man klickt drauf, lädt es herunter, führt die Datei aus, die Datei liegt meistens im Downloads-Ordner und folgt einfach den Instruktionen des Installationsprogramms, aber in der Regel ist es bloß ein Ladebalken, der einmal durchläuft und dann hat sich das Programm installiert. So, kommen wir nun zu Installieren auf einem anderen Endgerät, also man geht mit seinem Handy oder Tablet auf discord.com slash download oder geht halt wieder auf herunterladen und klickt dann entsprechend für sein Betriebssystem an, was man sich herunterladen möchte, entweder für iOS herunterladen oder für Android. Hier hat man noch die verschiedenen anderen Versionen, hier sehen wir einmal für Windows und einmal für Mac. Die Experimentier-Version brauchen wir nicht, da wir nichts entwickeln wollen. Ich gehe jetzt noch darauf kurz ein, wie melde ich mich im Discord im Browser an, das gibt natürlich auch diese Möglichkeit, dafür gehen wir einmal auf die discord.com-Seite, das ist die Standardseite und könnte ich hier auf Discord im Browser öffnen klicken oder wir klicken hier oben rechts auf anmelden. Das ist die URL discord.com slash login. So, jetzt haben wir natürlich noch kein Account, der Registrationsprozess ist in allen Apps oder allen Programmen gleich. Das sieht auch alles gleich aus, also nicht verzweifeln, das sieht dann auch entsprechend gleich aus, da hat Discord sich extra viel Mühe gegeben, dass man da nicht irritiert wird. So, also wir möchten uns einen Account erstellen, klicken hier unten auf Registrieren. Auf allen anderen Endgeräten wird auch dasselbe zu sehen sein. So, nun wollen wir einen Account erstellen. Ich verpixel natürlich wieder, was ich hier eintipse, das ist aber auch nur Humbug zum Video erstellen. So, jetzt brauchen wir noch ein gutes Passwort. Man sollte am besten ein Passwort wählen, welches man sich aufschreibt und nichts mit einem zu tun hat, damit man das nicht erraten bekommt. Und so, als letztes wählen wir noch unser Geburtsdatum aus. Da geben wir auch bitte auch das ehrliche Geburtsdatum an. Dabei handelt es sich nur um einen Schutz der Minderjährigen, also alle unter 18. Kriegen dann auch keine Bilder angezeigt, die für Leute nicht zu sehen sein sollten, die unter 18 sind. Akzeptieren die Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung und klicken auf Weiter. Oh, äh, ja, jetzt habe ich natürlich die falsche E-Mail-Adresse angegeben. So, jetzt ist die richtige E-Mail-Adresse angegeben. So, jetzt tun wir noch bestätigen, dass wir kein Roboter sind. Und dann geht es auf Discord rein. So, kommen wir nun zum nächsten Teil. Dafür befinden wir uns immer noch im Browser. Es gibt da noch einen Videoabschnitt, wo wir dann im Programm selbst sind. So, wenn wir uns zum allerersten Mal anmelden, das ist in beiden Fällen gleich, ploppt hier erstmal eine Nachricht auf, ob wir unseren eigenen Discord erstellen wollen oder einem beitreten möchten oder man hier die vorgeschlagenen durchschauen möchte. Das wollen wir in diesem Fall nicht. Oder man hat natürlich einen Invite. Dazu kommen wir aber dann später. Und man kann das hier angeben. Aber das zeigen wir nochmal auf dem anderen Weg. So, nun sind wir auf der normalen Übersicht. Und das sieht dann bei jedem gleich aus. Hier haben wir auch noch ein paar interessante Highlights. Die werden hier nochmal angezeigt und markiert. Also, fangen wir mal von ganz Anfang an. Die ganze linke Seite ist unsere Übersicht für unsere ganzen Server, auf die wir sind. Das ist so wie in Skype die Gruppen, kann man sich das so vorstellen. Und einmal unsere Haus-Taste, Home-Taste. So, da sehen wir aktuell so ein kleines weißes Markierungsböppel. Und dieses Böppel zeigt an, was wir gerade ausgewählt haben. So, wir sehen also sozusagen in der Home-Übersicht. Jetzt haben wir hier ein Ausrufezeichen. Das zeigt uns wahrscheinlich an. Erstelle deinen eigenen Server oder trete einem bei. Okay, wir haben das verstanden. Jetzt sehen wir hier noch eine weitere Markierung. Starte eine separate Unterhaltung mit jemandem. Das ist nämlich ein privates Gespräch, so wie in Skype oder einem anderen Programm, wie beispielsweise in WhatsApp. Da haben wir auch private Gespräche und auch Gruppenchats. Gruppenchats kann man hier auch erstellen, aber dazu später mehr. So, das haben wir auch verstanden. So, jetzt haben wir, nachdem wir in der Home-Kategorie sind, hier einen zweiten Reiter. Und dieser zweite Reiter beinhaltet einmal die Übersicht der Freunde, die man aktuell hat oder Kontakte. Dann kann man hier einmal filtern, ob diese Freunde online sind, ob man alle angezeigt bekommt, ob man ausstehende Freundschaftsanfragen hat oder ob man Leute blockiert hat. Oder hier diesen tollen Knopf Freund hinzufügen und dann gibt man einfach den Benutzernamen ein und kann den hinzufügen. Hier ist natürlich der Knopf zum Freund hinzufügen. Der funktioniert dann auch nur, wenn man auch hier einen validen Benutzernamen angegeben hat. So, also haben wir beispielsweise unseren ersten Kontakt, können wir auf Direktnachrichten gehen und eine neue Direktnachricht absenden. Und dann könnte man hier faktisch seine Person auswählen, mit der man direkt chatten könnte. Das wäre eine Möglichkeit, mit einer Person in Kontakt zu treten. So, hier auf der rechten Seite stehen Inhalte, die sind in der Home-Übersicht für uns eher uninteressant. Und das Teilen mit anderen Leuten, was man gerade spielt oder was man gerade macht, ist in dem Fall eigentlich auch uninteressant. Das kann man auch in seiner Privatsphäre-Einstellung unter den Einstellungen, was wir uns gleich angucken werden, nochmal einstellen. So, kommen wir nun zu den Einstellungen und diese Einstellungen können wir ganz einfach finden in diesem zweiten Tab oder wie man das nennen mag. Hier unten steht dann einmal der Name, den man sich gegeben hat. Und man kann hier einmal auf sein Bildchen klicken und man kann hier seinen Status einstellen oder einen personalisierten Status zufügen. Das ist aber jetzt nicht in dem Umfang von dem Tutorial dabei. Und jetzt schalten wir mal unser Mikrofon ein. Dafür klicken wir hier einmal auf das Mikrofonzeichen und dann tut unser Browser Nachfragen darf Discord auf unser Mikrofon zugreifen. Dann wählen wir natürlich unser Mikrofon aus. Bei mir ist es das USB-Mikrofon. Das ist bei dir dann das Mikrofon, was du eingesteckt hast. Und am besten drückt man einfach auf Entscheidung merken und muss das nicht jedes Mal einstellen, wenn man Discord.com geöffnet hat im Browser. Ich tue das nicht, da ich Discord es im Programm verwende, aber für das Tutorial erlauben wir das erstmal. So, jetzt haben wir das durch einen Bestätigungston gehört, dass Discord nun das Mikrofon verwendet. Und hier unten hat sich das Icon von einem durchgestrichenen Mikrofon zu einem Mikrofon verwandelt. Klicken wir erneut auf dieses Mikrofonzeichen. Schauen wir wieder einen Quittierungston, dass das Mikrofon stumm geschaltet ist. Und niemand anders kann dann einen hören, wenn man beispielsweise in einem Sprachchannel ist. Der nächste Knopf ist zum Deaktivieren der Ein- und Ausgabe. Das verursacht folgendes. Wenn man in einem Sprachchannel ist oder ein Video schaut zusammen oder in einer Bildschirmübertragung, kann man diesen Knopf anklicken und dann hört man niemanden mehr oder nicht mehr den Ton der Bildschirmübertragung. Das wird natürlich auch wieder mit einem Ton signalisiert und man kann das wieder auch anmachen. So, das nächste Icon sind die Benutzereinstellungen. Da klicken wir gleich drauf. Noch ein kurzer Exkurs zu dem Benutzernamen. Wenn man hier draufklickt oder mit der Maus drüber geht, wird da den Benutzernamen kopieren. Wenn man einmal draufgeklickt hat, dann wird das auch wieder angezeigt. Dann hat man den Benutzernamen in der Zwischenablage. Und dann kann man den hier tatsächlich eingeben und dann funktioniert das auch mit dem Freund hinzufügen, weil das ja ein valider Benutzer ist. Mit strgv kann man das natürlich auch irgendwo einfügen, wenn man mit jemanden den Namen austauschen möchte. So, kommen wir nun zu den Benutzereinstellungen. Einmal die Benutzereinstellungen aufgerufen, haben wir hier mehrere Kategorien, die für uns interessant sind. Einmal mein Account. Hier können wir grundlegende Sachen ändern, ein Avatar hochladen, ein Passwort ändern, den Account löschen. Dann das weitere Interessante sind die Privatsphäre und die Sicherheitseinstellungen. Hier kann man einstellen, ob Discord die Nachrichten überprüft. Und dafür haben wir vorher unser Geburtsdatum ausgewählt. Beispielsweise sind pornografische Inhalte bei Discord gefiltert. Das heißt, wenn jemand Spaß hat und damit Sachen versendet und man das hier einstellt, dass die Welt böse ist, werden diese Nachrichten davor gefiltert. Oder wenn man nicht überprüfen anklickt, werden nicht Inhalte, die anstößig sind, nicht überprüft. Dann die nächste Einstellung, Direktnachrichten von Servermitgliedern erlauben. Also wenn wir auf einem Server sind, das folgt später, können uns alle Mitglieder des Servers eine private Nachricht schicken. Dann können wir hier einstellen, wer kann uns zum Freund hinzufügen. Das ist simultan wie bei Skype. Also jeder kann uns hinzufügen, Freunde von Freunden können uns hinzufügen, Servermitglieder können uns hinzufügen. Und dann kommen hier noch weitere Einstellungen, ob Discord beispielsweise Daten von uns verwenden darf, um Discord zu verbessern. Wenn man das nicht möchte, dann klickt man hier einfach auf das Häkchen. Ja, ich will das. Und dann kriegt Discord keine Nachrichten mehr von uns mitgesendet. Das sind zwar anonymisierte Daten, aber manche Leute möchten das nicht. Weitere Informationen, wie wir andere Sachen einstellen, die wichtig sind, ist unter App-Einstellungen. Den Rest hier kann man einfach überspringen. Der interessiert uns eigentlich gar nicht. So, Sprache und Video. Hier ploppt jetzt wieder unser berühmt-berüchtigter Pop-Up-Anzeiger von unserem Browser auf. Hier klicken wir wieder auf unser Mikrofon. Und jetzt sehen wir auch, dass ich hier tatsächlich spreche, hier unten bei der Mikrofone-Entfindlichkeit. Die kann man hier auch einstellen, aber gehen wir mal simultan von oben nach unten durch. Also, haben wir das einmal erlaubt, hat Discord die Möglichkeit, auf alle Endgeräte, die an deinem Computer angeschlossen sind, zuzugreifen. Und man kann hier nochmal sein Mikrofon einstellen. Oder hier nochmal einstellen. Also, das funktioniert dann ähnlich auch so im Programm, nur dass man hier nicht immer bestätigen muss, dass Discord das verwenden darf. Also, wir erlauben das jetzt einmal. Hier steht halt Device 1, beziehungsweise jetzt hat sich das richtig gewechselt. Also, wir sind ja immer noch im Browser. Genau dasselbe funktioniert auch im normalen Programm, nur ohne dieses nervige Pop-Up. So, das Ausgabegerät ist hier in dem Fall Default. Hier steht auch, wenn man die Desktop-App heruntergeladen hat, kann man das auch entsprechend verändern. Hier können wir die Eingabe- und Ausgabelautstärke einstellen und einen Mikrofontest durchführen. Und man kann den Eingabemodus einstellen. Push-to-Talk, hier steht extra limitiert, das verursacht, wie der Name schon sagt, so lange man eine Taste betätigt, kann man sprechen. Limitiert in dem Sinne von, wir sind jetzt immer noch in der Browser-Anwendung und diese Browser-Anwendung verliert sozusagen die Taste. Wenn man ein anderes Programm aufmacht und da gerade rumtipselt, dann funktioniert natürlich die Taste nicht mehr, die man verwendet, weil die wird ja im anderen Programm verwendet. Also, nehmen wir mal an, wir legen, sprechen auf S und wir sind gerade in unserem Word-Dokument und drücken S, dann funktioniert das leider nicht, weil man halt gerade in Word die S-Taste benutzt zum Schreiben. So, hier kann man auch noch die Mikrofon-Empfindlichkeit einstellen. Das ist ganz einfach mit einem Schieberegler. Am besten sollte man sie so einstellen, dass wenn man gerade spricht, so wie ich, dann sieht man ja, dass der dunkel-grüne Balken da etwas weiter oben ist und sofern man nicht spricht, sehen wir hier ein normales Grundrauschen. Und dieses Grundrauschen sollte mit diesem Schieberegler sozusagen überdeckt sein, damit nicht jeder dein Grundrauschen hört oder deine Musik im Hintergrund spielen. So kann man das einstellen. So, Video-Einstellungen, also für die Video- und Desktop-Übertragung, das schauen wir uns gleich in den normalen Einstellungen von dem Programm an. So, jetzt sind wir im Programm. Das sehen wir ganz einfach, dass hier oben Discord steht und haben genau wieder dasselbe Interface. Die Einstellungen sind aber anders. Ich habe die jetzt nicht eingestellt, aber jetzt sehen wir beim Eingabegerät, können wir jetzt verschiedene Eingabegeräte auswählen. Und dann können wir hier auch tatsächlich die Mikrofonempfindlichkeit automatisch ermitteln lassen. Hier ist ein neuer Knopf und dann funktioniert das durch einen bestimmten Algorithmus. Das mache ich jetzt aber erstmal aus, das ist uninteressant. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Video-Einstellungen zu machen, wenn man mit seiner Mikrofon oder mit seiner Webcam was machen möchte. Ich kann hier jetzt leider nichts auswählen, weil ich kein Test-Webcam angeschlossen habe, aber in der Regel klickt man hier einfach drauf, wählt seine Webcam aus oder Kamera und kann hier sein Test-Video vorschauen. Dann gibt es hier noch weitere Einstellungen, die sind vielleicht ganz interessant für Leute mit einem etwas schlechteren Mikrofon. Das würde ich mal so ungefähr in die Preisklasse von unter 5 Euro bis 10 Euro einstufen, aber in der Regel sind die auch eigentlich recht gut. Also hier die Sprachverarbeitung, wir wollen einmal das Echo unterdrücken, die Geräuschreduzierung und eine automatische Verstärkung ist ganz praktisch. Unter Windows gibt es noch die Möglichkeit, seinen Mikrofon lauter zu machen, das nennt sich Mikrofonpegel erhöhen. Dazu verlinke ich einfach ein Video in der Beschreibung, wie man das macht. Ansonsten gibt es hier eigentlich nichts Interessantes mehr, außer man möchte seine Benachrichtigung ein- und ausschalten. Aber da liest man sich einmal durch. Noch eine kleine Sache im Nachhinein zum Hinzufügen. Wir haben ja die Sprachaktivierung standardmäßig aktiviert gehabt im Browser und im Programm auch selbst. Und im Browser haben wir auch noch die Push-to-Talk-Variante kurz angekratzt. Das besprechen wir jetzt hier ein bisschen ausführlicher. Also wir haben jetzt beispielsweise den Fall, dass gerade jemand nebenan telefoniert oder staubsaugt und das genau jetzt passieren muss. Dann wäre halt sinnvoll, die Sprachaktivierung zu deaktivieren und die Push-to-Talk-Funktion zu benutzen. Oder man hört nämlich nur über Lautsprecher zu und hat keine Kopfhörer an. Dann ist die Push-to-Talk-Variante auch ganz praktisch. Das mit der Lautsprecher-Variante kann man hier unten nochmal mit Echo-Unterdrückung vielleicht verbessern. Aber in manchen Fällen funktioniert das auch noch nicht so, wie man sich das wünscht. Aber in den meisten Fällen passiert genau das, was man haben möchte. Nämlich, dass man keine Rückkopplung oder kein Echo hat. So, also wir klicken hier einfach Push-to-Talk aktivieren. Und hier muss man dann einen Hotkey setzen, einen Heist-Knopf. In dem Fall ist der jetzt bei mir Left-Shift, also die linke Shift-Taste gesetzt. Wir können hier einmal auf Hotkey bearbeiten klicken und dann einmal einen anderen Knopf wählen. Jetzt habe ich den auf Links strg gesetzt. Unter Windows ist das, glaube ich, in Deutsch, dass man da nicht durcheinander kommt. Aber das kann man sich irgendwo ein bisschen her auch noch ableiten. Tab oder Alt kennt man ja. Strg ist im Englischen CTRL-Control. Ja. So, hier kann man noch eine Verzögerung nach einstellen, wie lange man noch, nachdem man die Taste losgelassen hat, sprechen kann. In der Regel lässt man das eigentlich ganz unten, weil wenn man nicht mehr die Taste drückt, dann spricht man nicht mehr. Wenn man aber manchmal abgehackt rüberkommt, wäre es sinnvoll, wenn man hier mal so ungefähr mit den Einstellungen spielt. Da kann man bis zwei Sekunden nachhinein auch einstellen. Ist eigentlich ganz einfach zu verstehen, meiner Meinung nach. Aber gut, das ist ja jedem selbst überlassen. Ich stelle das ja wieder auf Sprachaktivierung um. Kommen wir nun zu der allseits heiß geliebten Frage, wie komme ich denn zum Teufel auf einen Server? Da unser Favoriten-Server, der UP Discord ist, gehen wir ganz einfach auf upartei.de slash kontakt slash interessent und können hier einfach auf Discord-Server klicken und treten dem automatisch bei. Ganz unten sieht man nochmal discord.gg rkj bla. Also das ist schon mal das, was wir brauchen. Oder man macht das ganz einfach, indem man einfach upartei slash discord angibt. und kommt da automatisch hin. Ich klicke da jetzt einmal drauf, dass wir einmal das Prozedere durchgemacht haben. So, jetzt haben wir einen tollen Mechanismus gesehen, nämlich folgender. Unser Browser hat unsere Discord-App angewiesen, dass wir auf diesen Server gehen möchten. Genau dasselbe funktioniert auch für den Browser. Also wenn man die App nicht installiert hat, wird man automatisch hier mit derselben Meldung abgespeist. Wir wollen jetzt aber hier dem Server beitreten. Und hier kommt jetzt erstmal ein kleines Tutorial. Wie komme ich hier zurecht? Und das ist ganz einfach. Also hier stehen nochmal die Regeln, wenn man hier draufklickt. Wenn man hier einmal draufklickt, kommt man in den General Channel. Wenn man hier draufklickt, kommt man in den Span Channel. Ja, da wird man automatisch weitergeleitet. Ich klicke jetzt einfach mal auf FAQ-Einführung. Also hier stehen einmal die Server-Regeln. Da steht einmal unsere Netiquette. Und weitere Informationen, die kann man sich einmal durchlesen. Und das war es eigentlich, wie man auf einem Server beitritt. So, wir spielen jetzt noch einmal das Prozedere zum Beitreten des Servers in dem Browser durch. Dafür gehen wir, wie gesagt, wieder auf die URL. Kontakt. Slash Interessent. Könnt hier einmal draufklicken. Oder wie vorhin genannt, einfach upartei.de slash Discord. Wir klicken jetzt einfach hier auf Discord-Server. Natürlich haben wir hier in einem weiteren Tab unsere Discord-Anwendung offen. Klicken hier einmal drauf. Hier steht, dich hat jemand eingeladen. Dann klicken wir hier drauf. Einladung annehmen. Klicken hier auch weiter zu Discord. Und wir sind dann auf einmal da. So. Jetzt haben wir jetzt tatsächlich zweimal das Ding offen. Wir können das einmal schließen. Und sind dann direkt auf dem Server. So, jetzt sind wir beim nächsten Teil angekommen. Ab hier geht es nur im Programm weiter, weil im Browser sieht das alles wieder gleich aus. Und da lohnt es sich nicht dann irgendwie noch ein weiteres Abschnittchen dafür zu drehen. Also, wenn wir jetzt das Programm ganz normal starten, können wir hier in der linken Leiste unseren Server auswählen. Da klicken wir jetzt einmal drauf. Da klicken wir jetzt einmal drauf. Und man sieht jetzt auch automatisch, der weiße Pinöpfel hat sich dahin verschoben. Und wir sind nun auf dem Server. Jetzt gehen wir noch einmal die Struktur durch und wie was funktioniert. Also, wir haben hier jetzt nochmal wieder ein Ausrufezeichen, was uns weitere interessante Sachen gibt und Auskunft. Also, das ist nämlich lieber diesem Channel hier. Nämlich, das ist ein Sprach-Channel, wie ich das hier bereits steht. Und da gibt es kein Klingeln oder Anrufen. Man geht da einfach rein. Das kann man sich so wie einen Raum vorstellen. Also, man geht einfach in den Raum und jeder andere auf dem Server kann in diesen Raum dann reingehen, wenn er das sieht, dass da jemand aktuell ist. Und hier können dann beispielsweise Funktionen wie Video Streaming. Also, man kann da einfach per Webcam telefonieren oder man kann seinen Bildschirm teilen. Das haben wir nämlich verstanden. Okay. Also, die Sprach-Channel haben wir jetzt einmal erklärt. Und wenn da jetzt einmal reinklicken, steht da, wir müssen jetzt erstmal unsere E-Mail-Adresse bestätigen. Das machen wir gleich. Und können aber dafür alle Channels hier einmal reinlesen. Das ist jetzt, wie schon vorher erwähnt, der FAQ-Channel. Wenn wir jetzt einmal durchgescrollt sind, dann verschwindet auch diese Nachricht hier, dass der Channel weiß hinterlegt ist. Also, das heißt, man hat hier einmal durchgelesen. Hier sehen wir einmal die Strukturierung. Ansonsten können wir hier mal auf die grobe Struktur eingehen. Also, hier ganz oben sind noch Nachrichten. Hier werden einfach Nachrichten reingeschrieben. Dann kriegt man auch hier so eine weiße Anzeige, dass da was geschrieben worden ist. Und auch ein Pünktchen, ein rotes Pünktchen mit einer Zahl dran, wie oft man da sozusagen erwähnt wurde. Dann könnten wir vielleicht noch auf die Menüführung hier eingehen. Also, hier hat man sowas wie Kategorien. Und die kann man ein- und ausklappen. Und wenn man beispielsweise auf die Kategorien hier unten hinkommen möchte, kann man mit seinem Mausrädchen einmal scrollen, heißt das. Oder Bild-Auf- und Bildab-Taste benutzen. Je nachdem, wie man es gewohnt ist. Wenn man das natürlich schön kompakt haben möchte, kann man einfach die zusammenklappen, indem man da einmal draufklickt und wieder ausklappen. Genau derselbe Spaß funktioniert ja auch wieder hier in dem Kanal selbst. Also, wir können einmal hoch scrollen und wieder runter scrollen. Man kann mit dem Inhalt auch interagieren. Das funktioniert, wenn man hier auf mehr klickt. Da wir jetzt noch keinen zertifizierten Account haben, weil wir die E-Mail-Adresse noch nicht bestätigt haben. Können wir hier jetzt nicht viel machen. Man kann das aber hier schon mal als ungelesen markieren. Und dann sehen wir, hier ploppt dieses rote Pünktchen auf mit 2. Und wenn man hier einmal als gelesen markieren hat, dann verschwindet das auch. Ganz rechts sehen wir jetzt auch tatsächlich alle Benutzer, die aktuell auf dem Server drauf sind. Wir sehen gerade aktuell alle aktiven Mitglieder dieses Servers. Und die haben auch hier verschiedene Namen oder wie man das nennen mag, Kategoriengruppen. Ja, Gruppen. Und die sind dann hier oben einfach in die Gruppen gruppiert. Ganz oben sind dann die Moderatoren aufgelistet. Danach kommen die Mitglieder. Und dann kommen die verschiedenen Gruppen der AGs. Und dann kommen die Leute, die online sind. Die sind auch farblich hinterlegt. Wenn die farblich hinterlegt sind, dann haben die eine bestimmte Gruppe. Jetzt ist beispielsweise diese Person grün, weil sie die Gruppe Gründungsmitglied hat. So, kommen wir nun zu einer Fortführung des Themas vorher. Wie schreibe ich denn auf einem Server? Oder wie interagiere ich mit anderen Leuten? Ich habe jetzt meine E-Mail-Adresse bestätigt. Und nun sehen wir hier unten wieder ein Ausrufezeichen, was vor sich hinspringt. Wenn wir hier wieder draufklicken, kriegen wir eine kleine Einführung. Hier steht halt wieder Zeug drin. Man kann den Leuten Hallo sagen. Okay, wir haben verstanden. Jetzt verschwindet das natürlich wieder. Und jetzt sehen wir hier, können wir auch reintippen und der Banner von vorher ist weg. Also sind wir jetzt nun im General Channel und können hier auch was reinschreiben. Und das funktioniert in jedem anderen Channel auch, wenn man natürlich die Berechtigung hat, da zu schreiben. Beispielsweise in diesem Channel haben wir keine Berechtigung zu schreiben, da das ein purer, transparenter Informationschannel ist, wo nur das Präsidium aktuell schreiben darf, um Abstimmungen abzuhalten. So, um weitere Funktionen beim Chatten anzuzeigen. Also hier gibt es einmal ein Plus. Wenn man das aufklickt, dann kann man Dateien hochladen. Ist ganz praktisch, wenn man gerade seine PDF hochladen möchte. Dann gibt es hier GIF. Hier kann man lustige animierte Bildchen hochladen oder posten oder wie man das nennen mag. Und wenn man hier ganz rechts draufklickt, dann kann man hier Emojis hochladen. Wir haben auch unsere eigene Palette an Emojis. Die kann man auch verwenden. Und wenn man einmal draufgeklickt hat, hauen die auf. Greifen wir auf die Thematik von vorher zurück. Wie trete ich mit anderen Leuten in Kontakt? Wir hatten das ja schon in der Home-Übersicht mit Freunden hinzufügen. Das funktioniert jetzt in unseren Gruppen oder Server ähnlich. Also wir klicken jetzt in einem Text-Channel. Da sind nämlich die Routed-Channels auf den Namen der Person und haben dann eine weitere Übersicht. Können wir da direkt auch eine Nachricht schreiben. Können hier eine Notiz hinzufügen. Diese Notiz ist für einen persönlich. Man sieht hier die Rollen der Person. Und man kann auf das Bild klicken. Und hier kann man dann die Notizen nochmal ausführen. Dann hat man ein größeres Fenster. Sieht die gemeinsamen Server, die gemeinsamen Freunde. Man kann die Person als Freund hinzufügen. Oder hier blockieren oder eine Nachricht senden. Was vielleicht noch hier zu anzumerken wäre, die Nachricht sendet man hier mit Enter ab. So, wie trete ich mit anderen Leuten in Kontakt? Also wir haben ja hier einmal die Channels, die mit der Raute sind, die Textkanäle. Und dann haben wir einmal hier die Sprach-Channels, die wir schon vorher gesehen haben. Wie wir diese betreten, ist ganz einfach. Das ist ja im Endeffekt wie ein Raum. Wir gehen in den Raum rein. Und da gehen wir ganz einfach mit einem Linksklick rein, was uns mit einem Ton signalisiert wurde. Und wie wir sehen, leuchtet mein Name. Und um mein Bild ist einmal ein grünes Fensterchen, Rand. Und das signalisiert, dass ich gerade spreche. Das sieht man auch bei allen anderen Leuten, die aktuell in dem Kanal sind. Der ist natürlich, wie schon gemerkt, mit einem Lautsprecher gekennzeichnet. Hier unten sehen wir einmal, mit welchem Kanal wir verbunden sind. Dann sehen wir, wenn wir hier drüber anzeigen, wie gut unsere Verbindung ist. Wenn sie grün ist, ist sie gut. Kann man sich ja ganz einfach merken. Wenn sie rot ist, ist sie schlecht. Hier sehen wir einmal ein Telefon und ein X. Das ist nämlich Verbindung trennen. Dann gehen wir sozusagen aus diesem Raum raus. Weiter unten sehen wir einmal den Knopf, damit man seine Videokamera mit anderen Leuten teilen kann. Und einen Knopf, womit man seinen Bildschirm übertragen kann. Machen wir das einmal durch. Wie teile ich denn meinen Bildschirm? Wir klicken einmal drauf. Dann wählt man seinen Bildschirm aus. Und in diesem Fenster kann man dann einstellen, wie gut der Bildschirm übertragen wird. In der Regel, wenn man ein gutes Internet hat, stellt man die Auflösung auf 720. Das ist auch die Standardeinstellung und die Bildwiederholrate auf 30. Und klickt einfach auf Live gehen. Haben wir das getan, wurde das jetzt wieder mit einem Ton signalisiert. Und wir sehen hier oben einmal das Fensterchen. Dieses Fensterchen können wir einfach mit Linksklick durch die Gegend ziehen, damit es einem nicht im Weg steht. Wir können auch wieder in diesem Fensterchen können wir auch die Kamera an- und ausmachen, die eigene. Was wir eigentlich auch hier unten bei dem Knöpfchen machen können. Dann können wir hier wieder die Stream-Einstellung ändern. Wenn man hier das Fenster wechselt, die Übertragungsqualität hier nochmal einstellen kann, ein Problem melden oder den Stream beenden. Oder das geht hier auch nochmal mit diesem Knopf, also quittieren. Quittieren geht auch hier mit diesem Knopf. Indem man hier einmal draufklickt, Stream beenden, Fenster wechseln. Also genau dieselben Einstellungen wie oben in dem Fensterchen. Jetzt stellt sich bestimmt einem die Frage, wie kann ich denn diesen Stream sehen? Oder wie können andere Leute diesen Stream sehen? Wir sind ja diesem Textkanal beigetreten. Mit einem Linksklick, mit einem zweiten Linksklick da drauf, öffnet sich hier sozusagen dieser Raum. Ganz groß. Und jetzt sehen wir hier auf der linken Seite unseren Inhalt, den wir gerade teilen mit den Leuten, die auch in diesem Raum sind. Aktuell sind wir alleine. Und da sehen wir auch nochmal unseren Account und einen grünen Rand, wenn wir sprechen. Eine kleine Zwischeninformation. Wie tue ich denn auf dem Server meinen Nicknamen ändern? Das wäre vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen. Wenn man seinen Nicknamen falsch gewählt hat oder nur für diesen Server ändern möchte. In den Einstellungen haben wir ja bereits gesehen, dass wir da seinen Nickname geändert bekommen. Wenn man hier oben neben dem Server Namen einmal auf den Pfeil nach unten klickt, stoppt dann hier nochmal ein Menü auf. Hier kann man beispielsweise die Leute einladen, damit die diesem Server beitreten können. Dann Benachrichtigungseinstellungen einstellen, Privatsphäre-Einstellungen einstellen oder den Nickname ändern. Wenn wir einfach draufklicken und hier kann man jetzt sozusagen seinen Nicknamen ändern. Wenn man auf Nickname zurücksetzen klickt, dann wird er auf den Standard-Nicknamen zurückgesetzt, den man in den Einstellungen eingesetzt hat. Wenn man hier jetzt die Benachrichtigungseinstellung einstellen möchte, das ist auch noch ganz interessant. Also man kann den Server hier stumm schalten, wenn man keine Nachrichten bekommen möchte. Man kann hier einstellen, dass man alle Nachrichten bekommt oder nur die Erwähnungen. Man kann jemanden erwähnen mit Add und dann den Namen. Und hier kann man noch ein paar weitere Einstellungen einstellen. Mobile Push-Benachrichtigung, wenn man die App installiert hat, kann man auch ausmachen, damit man sein Handy nicht voll gespammt bekommt. Oder wie man bestimmte Benachrichtigungseinstellungen für bestimmte Channels einstellen kann. Also man kann hier jetzt ziemlich viel einstellen, damit man genau die Informationen bekommt, die man haben möchte. Also man ist beispielsweise in dem Channel AG Familie und Gesundheit. Und dann stellt man das hier ein und kriegt dafür dann nur Benachrichtigungen, weil man nur da lesen möchte oder sowas. Jetzt habe ich hier eine generelle Kategorie ausgewählt. Also das war eine ganze Kategorie. Das wird hier nochmal dargestellt durch das da. Also das heißt, das ist die ganze Kategorie, die ausgeklappt ist. Hier kann man auswählen, was da passiert. Das ist jetzt nochmal genau diese drei Reiter hier oben, nochmal hier unten separat für diesen einen Channel. So kann man für sich seinen Informationsfluss bestimmen. Wenn man fertig ist, klickt man auf Fertig, dann war es das. Genau dasselbe funktioniert mit Privatsphäre-Einstellungen. Dass andere Leute einem eine Direktnachricht senden können, wie wir vorher schon gezeigt haben, kann man das auch ausschalten. So, jetzt noch ein paar abschließende Worte. Wie man das Programm schließt, ist denke ich mal einem klar. Man klickt oben rechts aufs kleine X oder bei Mac-Nutzern ist das dann links. Dann hat sich das sozusagen minimiert und dann müsste man praktisch bei sich unten rechts oder wo man auch seine Windows-Leiste hat, auf das Icon gehen, einen Rechtsklick machen und dann sieht man da, dass man Discord zitieren möchte. Ansonsten ist man sozusagen durchgehend in Discord online. Das ist aber eigentlich auch nicht so schlimm, weil dann ist man erreichbar für die Leute, die einem eine Privatsphäre-Nachricht senden. Dann nochmal eine kurze Anmerkung. Also wir haben in unserer FAQ eine kleine Sektion, was einmal das Grobe nochmal zusammenfasst, aufgeschrieben. Hier sind auch noch ein paar weitere Informationen, wie beispielsweise, dass man eine 6-Mbits-Verbindung braucht, wenn man 720p streamen möchte. Und hier ist noch einmal das Video hier verlinkt und der offizielle Discord-Support-Text-Forum-Webseite, die auch sehr viel Informationen hat, wenn man Fragen dazu hat. Sonst kann man hier nochmal reinschauen bei Kleinigkeiten, wenn man was vergessen hat, statt das Video hier nochmal anzugucken.